Moin Leute, Stevie ist wieder hier. Ich wundere bestimmt, warum ich so mehr streamen. Ich habe zur Zeit sehr sehr viel Arbeit. Ich bin jedes Mal ziemlich spät zu Hause und dann bin ich so kaputt, dass ich da nicht mehr schaffe. Ich versuche irgendwie jetzt zeitmäßig zu streamen, aber diese Woche wird es gar nicht. Wie gesagt, ich bin komplett kaputt. Ich muss erstmal gucken, wie ich mit der Zeitung bekomme. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Aber am Wochenende können wir gerne im Fortnite und bis ich nicht alles spielen, weil da halt ein langes Wochenende vor. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon. Ich sage euch nochmal, ich würde mir mega leid. Ich wollte euch noch irgendwas sagen, aber ich habe wieder vergessen was. Egal. Okay, dann haut da rein. Wie gesagt, es kommt noch ein externe Video, was los bei mir ist. Und ja, das andere wird dann alles erfahren. Dann haut da rein. Tschüss.